Ein krasses Thema hier in München, es gibt halt einfach die Roten und die Blauen. Wo sie halt nicht gemengt. Der Hölle ist großartig. Hass kann man nicht sagen, aber schon eine gewisse Realität. Straßen gesperrt hier, Polizei ohne Ende. Das ist was Besonderes, ganz klar. Da reden wir zwei Wochen, drei Wochen vorher davon und nachher. Ja, so Arbeitskollegen, Freunde. Das kann schon sein, dass es dann mal etwas heißer hergeht. Und das ist das Kulte. Ich komme jetzt ganz alt. Ich will nicht darüber reden. Das beste Spiel des Jahres.